Gemeinsam für Natur und Umwelt. Heute ist der 6. Dezember, Nikolaustag. Vielleicht haben Sie schon was im Stiefel gefunden heute morgen. Falls nicht, na ja, vielleicht ist ja Ihr Spielschein für die Umweltliterie genau der große Gewinn, der Hauptgewinn. Dazu brauchen Sie natürlich die richtige Los-ID. Hier kommt sie. Die Los-ID für den Hauptgewinn, das sind heute diese Ziffern. 6, 4, 4, 9, 6. 6, 4, 4, 9, 6. Wie immer gilt, welche Postleitzahl steht auf genau diesem Gewinnerschein drauf? Es ist eine Rheingau-Taunus-Kreis-Postleitzahl. Das heißt, jeder, der ebenfalls eine Rheingau-Taunus-Kreis-Postleitzahl angegeben hat, hat auf jeden Fall gewonnen. Viele andere in Hessen ebenfalls. Die Quoten wollen wir uns natürlich noch anschauen. Der Hauptgewinn, das sind heute 10.816 Euro. Außerdem gibt es einmal 2.500 Euro, 5 mal 500 Euro, 62 mal 50 Euro, 271 mal 10 Euro und 1.082 mal 5 Euro. Und es gibt Geld für Umweltprojekte. Und die Gewinner der vergangenen Wochen haben sich für einen Lebensartgarten entschieden. Also einen Lebens- und Begegnungsraum für Mensch und Tier in Friedberg. Dafür gibt es 5.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.